So, da sind wir wieder. Tja, ich bin mal gespannt, ob der Kopf noch auftaucht. Vielleicht jetzt? Nö. Nur das Ding. Okay. Äh, ja, mitnehmen. Ne, der Kopf ist einfach nicht da. Hm. Das heißt ja auch, dass wir praktisch das Spiel nicht komplett beenden können. Ja, oder ist er jetzt hier? Nein. Hm. Oh. Okay, super. Tja, was machen wir? Also es geht mir ja schon ein bisschen auf den Senkel. Ich hab ihn. Da ist er. Alles klar. Damit hat sich das erledigt. Der ist einfach da hochgeglitscht. Ich hab nicht gemessen. Ich hab's einfach so. Nein. Sag mal, der. Dann mach doch. Ach so. Warte. Also den nehmen wir erstmal. So. Das rühre ich mal ganz schnell nochmal. Aber. Mhm. Ja. Ich verstehe. Alles klar. Wir haben's falsch gemacht. Gut. Aber wir lernen. Wir lernen. Ja. Hi. Na? So. Ich hab mir die Archivmise noch gar nicht angeschaut. Was fehlt. Der Griff. Okay. Alles klar. Dann können wir jetzt aber. Mhm. Sonst können wir ja nix haben. Okay. Alles klar. Wow. Dann würde ich sagen. Fahren wir gleich mal hier. Ja. Da. Zack. Kaufen. Benzin. Ja. Super. Yeah. Bin gespannt. Ob's da auch ne neue Story gibt. Keine Ahnung. Jaja. So. Wird gladen. Ich hab's ein bisschen vermisst. Boah. Geil. Ja. Ja. Boah. 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 American Flavor. Wir fangen an wie immer. Bevor wir überhaupt. so würde ich sagen dann machen wir das mal wir haben gelben ja das hilft ja nichts wenn wir den gelber wie okay suchen wir mal das brauchen wir immer zum reparieren und weiß gott was für alles für was alles so na dann nimmts doch okay ich glaube das wäre was mehr aber wir müssen mal aufpassen was wir alles weg machen sag ich mach einfach weiter so wir gucken uns ein bisschen um ich versuche ja systemat genau das dachte ich mir nein ah nicht schon wieder dass ich wesse müsste es gehen oh na komm oh ach stimmt ja genau das ist doch eigentlich eine idee das müsste jetzt sogar na okay versuchen wir doch das mal okay das will er nicht na geht doch ernsthaft jetzt aber ja das war doch hier irgendwo da oben ha systemat das lohnt sich doch richtig sonst noch was da oben nein aber hier unten na gut ich hätte es gedacht dass da was dabei war aber ich habe da noch eine gitarre gesehen die nehmen wir uns natürlich jetzt das sind rote bienen würde ich sagen wir können uns mal hier drauf was war das was war das so also da sind rote bienen was war das so also da sind rote bienen okay es gibt also so ja es gibt weiterhin story ich hoffe sie ergänzt sie wirklich weil ich meine ich habe ja das durch gespielt ich weiß ja was gespielt wird für alle die es noch nicht gesehen haben Ich mach's ja in die gleiche Playlist, ja. Die Playliste dann einfach mal von Anfang an schauen und nicht nur die neuesten Folgen. Ich fand's gelohnt. Ja. Wir haben's auch soweit ganz geschafft. Ich weiß nicht, ob wir wirklich alle Archivements haben, aber nahezu. Also wir haben das Geheimnis gelöst. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. So, wie kommen wir da rein? Das müssen wir bauen. Dankeschön. Dankeschön. Das hat ja hervorragend geklappt. So, jetzt erst mal die Frage, kommen wir da hoch? Und wenn ja, was nicht so ist... Oh. Kommen wir dann darüber, ne? Ja. Ähm, ja. Das wollte ich nicht, aber egal. Okay, war ein guter Anfang. Ja, okay. Das lassen wir jetzt erst mal stehen. Liegen. Ich will vor allen Dingen... Natürlich alles, was Kohle bringt, klar. Aber ich brauche halt die... Oh. Ein Metronome. Die Bienenstöcke. Okay. Gut, es wäre vielleicht noch einfacher gegangen. Ich gebe es zu. So. Aber wo sind die Bienenstöcke? Warte. Sind die vielleicht da drin? Warte. Und ich jetzt... Nein, ich will das öffnen. Boah. Okay, und wieder zu. Okay, wir sind hier reingekommen, aber... Oh, warte. Noch ein Metronom. Nur, wo ist der... Hm, okay. Okay, ich habe noch gar keine, oder? Das lohnt sich natürlich alles. Aber ich will, bevor ich den großen Grind mache, erst mal... Okay. Gut. Schlüssel. Die Schlüssel waren für... So, die Schlüssel waren auf jeden Fall mal... ...für den... ...letzten Anhänger. Was sind da? Ja. 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 Die Frage ist hier. Was genau? Okay. Das ist natürlich schon mal was wert, aber... Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht so nahe an die Bienen gehe. Aber wo? Ich meine, Bretter haben wir genug. Oh. Wie ist was wert? Gut. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt diese Bienenlester finden. So. Das nutzt ja hier relativ wenig. Okay. Ja, so kommen wir hier nicht rüber. Oh, warte. Oh. Okay. Ist das so geil. Völlig irre. Ich liebe es. Okay. Oh. Okay. 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 Auf die Gefahr hin. Aber ich glaube, hier haben wir wirklich alles. Da oben waren wir ja schon. Gut. Da ist noch was. Wow. Super Idee. Wow. Aber uns fehlt ja noch eine ganze Menge. Unter anderem. Hallo. Das Geheimrezept an sich. Und die goldene Klopapierrolle. Waren wir hier drin schon? Ah ja, das war das, das war das, wo wir uns unnötig so viel Dings gemacht haben. Da klämen wir jetzt wieder rein. Da klämen wir jetzt wieder rein. Müssen wir aber gar nicht. So. Oh, guck mal, da liegt der noch was. Wie geht's nicht weiter? Das ist auch nix. Hätte ja sein können. So. Ach, das hätten wir auch. Mhm. Gut. Hm. 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 ja schon klar da kämen wir wieder weg aber das wollen wir ja auch nicht da oben waren wir warte mal da geht's ja noch hoch ja ich auch ich auch